Padma Viparita Shalabhasana ist eine Form der Umkehrstellung aus der Heuschrecke. Du hast das Kinn ähnlich wie der Heuschrecke, entweder ganz auf dem Boden, du kannst auch leicht zur Seite und hebst den lotusverschränkten Beinen nach oben. Mit etwas Übung, Nilakanta wird es wahrscheinlich in ein paar Wochen können, kriegst du das Kinn auf den Boden und hebst einfach nur die Knie aus dem Lotus nach oben. So bist du in Padma Viparita Shalabhasana, also die Lotus-Heuschrecke in Umkehrhaltung. Ihr reingeket wurde in Vielen Dank.